so aber ich gehe noch mal zurück hier war nichts mehr gut so machen wir das hier dann schenke ich dir das mal und dann ist es gut und wegen einem teil muss ich mal hier aufrufen Rüstung 8 aufschwemmel so erstmal gehe ich mal hier hoch so könnte ich mir sparen so hier in der Ecke Wie bist du dann verwundet? Du bist doch schon überall. So, jetzt gibt es mal einen auf den Fressen. Mit der Waffe macht es mir irgendwie mehr Spaß, als die Gegner abzuschießen. So. Kritisches Treffer, ey. So, wir machen gleich Level ab. So, nächster Brückenabschnitt. Jetzt geht es wieder hier runter. So, bleib ich ab. So. Gut, dann gucken wir uns an den Vitae wieder an. Ach, weißt du was? Wenn ich halt schon diese Mannergetränke kriege hier, kann ich mal umtauschen. So, das wird hier auch mal. Kann ich meinen Hund wieder einkaufen schicken. So, jetzt wird er voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Dann kommen wir bloß hier wieder nach Hause. So, das ist ja auf 10, das ist 20. Das ist besser, wenn ich irgendwas anderes erhöhe, oder? So, das erhöhe ich mal. Sch傳 programmes. Das ist immer Persiv. Mal erst mal skilln. Schuhkin. Schattenbonus bei Früherei von Zweitwaffen Hebe ich mal auf den einen Punkt So Jetzt gehen wir auch mal hier lang Boah, Mann, ey Ach du Scheiße, muss ich ja wieder den Hund einkaufen Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht Und Klopp, einfach so verschwunden So Dann gehe ich mal ganz langsam voran So Boah, ist das hier wie ein Labyrinth hier So, jetzt geht's hier lang Hier rum, da rum, da rum, da rum, da rum Dann geht's ja erstmal hier lang Dann wieder hier lang Immer den Weg schon mal schön finden So hab ich das gern So, dann geht's endlich Die Gegner haben die Kragen So, einen Fisch hab ich Ähm Was muss ich hier lang Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wohin Was ist jetzt hier hoch Geht's hier lang Das ist ein riesen Terrarium Geht's hier lang Und da lang Geht's hier runter Hier runter Bist du richtig? Ja Ihr Begleiter ist zurückgekommen Boah, schnell hier helfen Ja Weil ich gestorben bin Hab ich mich mal gerecht So, jetzt geht's mal hier lang Hier geht's auch mal weiter Sie haben eine Falle ausgelöst Sie haben eine Falle ausgelöst So, Spuckspenst Jetzt hier rein Dann geht's da lang So, ähm So Hier hab ich auch alles zerstört Ach du, jetzt Jetzt hab ich Ich hab da drauf gewacht Total Komm Und hängt da fest Und kann ja abschießen Nein, der Fresse, ey Was lauf ich denn automatisch Als auf den Gegner hin Ihr Ruhm ist gestiegen Ihr Ruhm ist gestiegen Kann hier nix Ich hab zwei Ruhmpunkte, ey So Das geht's wieder allein Ich bin nicht, Maria Komm Ähm Wär ich jetzt zu Ruhm, was bin ich denn Ich bin schon eine Legende Welch in Ruhm müssen wir was Eigentlich welch in Level Oh, du mein Elf So, der ist Geschichte Oh, ich bin noch eine neue Waffe Ich habe wenig behindert Boah Das ist ja ne Tomale, ey Wie viel Lebenspunkter hast du Oh, echt Boah, endlich. Endlich sind sie alle tot. So. So, dann geht mal her mit euren schönen Gold. So, dann gehen wir mal hier weiter runter. Ah, endlich. Endlich bin ich weitergekommen. Warte mal langsam Zeit. Mach.